Oh, perfekt. Meine Assists in Todeform 420. Leonards auch. Und die von Swaller auch. Oh shit. Crisp Situation. Ja, da ist der. Oh, Max Stralin. Nicht so. Oh. Kommen links. Nimm noch eine Pistole über die Range. Oh. Ja, du hast die Shotgun angezweifelt. Ganz ehrlich. Nein. Nein. Das ist ein Supremo. Das ist ein Sprecher, Bruder. Das geht. Simon. Simon. Ja. Wow. Wurz. Nimm, ich vergesse den. Jetzt halte die Mitte. Wieder mal tot. Das Junge mit Leonards hat so die Assisters verteilt. Kommen. Das ist ein bisschen weile weg jetzt. So, das ist jetzt so ein bisschen doof gelaufen. Fakt hier, Alter. Ja, lebt Leonard. Boah, schön. Da geht uns Leonard hinter uns. Ja, da geht Leonard zu. Das kann nicht wahr sein, du? Das kann nicht wahr sein, du? Das ist gut, dass ich mich hier langsneke, damit ihr trotteln könnt. Ja, das hat mir ein paar Bittlesgewirr. Alter, chill. Oh, der sagt, spiel mal wirklich serious, jama. Ich hab's so gesehen. Halt die Hässe. Halt die Hässe. Komm, gib den Kammer eine Schille. Ist tot? Genau so. Schön. Boah. Da war eine Schille. Das ist echt eine ABP-Mitze und ich schieß wieder an den. Ich bin heute echt nicht drin gesammt. Noch zwei, alle, 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 alle. Da sind alle, da sind alle. Ja, Mann. Ja, Mann. Da bin ich jetzt bei einer USP gegen eine ABP, glaube ich, nicht ganz gut aufgestellt. Genau, wo wir hinnehmen. Wo? Was macht er denn? Hot damn, Balla. Dab. Er ist richtig am hängen. Star Offshore. Ich hab nur Star Offshore gekauft. Jetzt will er nicht schießen. Ja, ich mach. Soll ich dir einen lustigen Sprung zeigen? Geh mal wieder da runter. Ich zeig dir was, wo du saven kannst. Jetzt links. Jetzt gehst du an die Leiter. Ja, jetzt. Warte, stopp, stopp, stopp. Guck mal jetzt. 90 Grad nach rechts. Sodass du gerade nach vorne guckst. Weiter nach oben. Nein. 90 Grad nach rechts. Ja. Und jetzt weiter nach oben. Bis die obere Kante von... Ja. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Mach das jetzt. Nein, ich mach das nicht. Ja, vertrau mir. Vertrau mir. Jetzt geh da dran. Vertrau mir, Jason. So. Jetzt bis die obere Kante von der Lampe mit dem Boden da ist. Noch ein Stückchen höher. So. Und jetzt drückst du gleichzeitig W-Steuerung und Leertaste. Mit dem Messer. Das ist natürlich was ganz anderes. Ein bisschen höher vielleicht noch. Der wird gleich so geflickt. Ein bisschen höher. Ja, dann fahr zu hoch. Und die Fusen. Oh ja. Mir ist ja so das Schiebendickel in das Floss gefallen. uber Into. Oh ja. Was du bist da... Du kleiner Umgehorn. Cac. Ah ja. Ah ja. Hier Team Flash. Ah. Hat man Hedgehog er zu sehen. Okay. Geburt mal hier ein Hedgehog. Chiebendickel. Bunt me! Dump' flash. Und wenn du schuckier dein Hedgehog. Wenn er jetzt von Numb kommt und mich killt, ist es GG Ah 2 bitte Aber weg Leonhard Ach Leonhard, warum bist du so unfähig? Nice All me Is my defuse Don't you dare Du hast kein Kit du Arsch Du hast keine Zeit Äh 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 Er hatte einen Kit Du bist so ein Arschloch ne Es ist unglaublich Don't you dare Er hat sogar noch daran gedacht das Kit aufzuheben um uns nicht durchwändig gewesen wäre Absolut genau Wenn er jetzt noch die AK nimmt Crazy Und wenn er die jetzt noch wegwerfen würde Hast recht ne Einer noch im Zelt, einer noch im Zelt Oh Das kann nicht wahr sein Promotiv würde ich immer gespielt Braust du nicht beidringen wie man als Spiel spielt Nein Nein Du brauchst du nicht beidringen wie man als Spiel spielt Du brauchst du nicht beidringen wie man als Spiel spielt Wohnen Du brauchst du nicht gewinnen Du brauchst du nicht viel Du brauchst du nicht auf alle